Hallo Leute, willkommen zurück zu Zelda Link's Journey. Ja, das war mir dann zu schwimmen. Und diese Fähigkeit können wir euch auch gleich zu Nutze machen, weil hier ist ein Herzteil versteckt, hier unten. In Unterwasserlabors, in Wasserlaboren, an Hylia-Sees sind nämlich immer Herzteile versteckt. Muss man sich ja langsam merken, nicht? Und hier, wow, Herzteile. Ein Herzcontainer. So, super. Und es ist auch gut, dass wir gleich hier sind, weil hier gibt es nämlich noch was. Hier oben. Hier oben. Da. Okay, können wir nicht schwimmen, Mann. Ähm, ja, hier oben. Hier oben. Und zwar... Oh, what. Wieso können wir nicht schlagen, wenn die an uns kleben? So. Hundis. Hundis. Hier oben. Im Dungeon. Okay, ich speichere ihn nochmal kurz. Kann ich jetzt... Ne, ich kann ihn natürlich nicht schwimmen. Weil wir jetzt hier den Hammer haben, habe ich nicht mal gesagt, jo, merken wir jetzt das hier, hier. Kann man was mit dem Hammer zerschlagen? Müssen wir es merken? Yay. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es hier. Und was kriegen wir hier für... Eine Portion Feenstaub. Fünf Portionen haben wir jetzt. Schön. Die brauchen wir alle unbedingt. Ich sag's euch. Wird noch wichtig. Jetzt gehen wir zum Boss. Aber der ist nicht hier. Naja, was auch immer. Wer braucht schon Bosse. Gehen wir jetzt einfach mal zum nächsten Dungeon. Bei dem wir schon ganz in der Nähe waren. Weil wir waren ja schon bei... Ach, fickt euch doch mal. Wir waren ja schon bei dieser Zora-Quelle. Und genau da ist, glaube ich, der nächste Dungeon. So viel ich mich erinnern kann. Soweit ich mich erinnern kann. Müsste er da sein. Schauen wir mal. Menü-Bug. Äh, Menü-Bug. Äh, Menü-Bug. Menü-Bug. Ne. Dann halt nicht. Ja. Ist doch immer wieder peinlich, wie ich kläglich versuche, diesen Menü-Bug auszulösen. Nichts. Danke. Da, was war dann? Ja, da war ich schon. Ich finde es auch immer wieder schön, wie die Ausnahmeldung blau wird. Hier, jetzt so rasreich. Du hast keinen Zutritt. Nein, ich habe doch keinen Zutritt. Ähm, okay. Damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Na, danke. Moment mal. Hier irgendwas? Hallo? Nee, nichts. Leer, nichts. Gaga, nichts. Ja, schwimmen wir mal hier ein bisschen durch den Untergrund. Ja, Untergrund. La, la, la. Heurica, der Untergrund. Hier ist nichts. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Das irgendwie... Hm. Okay, wie sollen wir keinen Zutritt? Leute, wie sollen wir keinen Zutritt? Leute, wie sollen wir keinen Zutritt? Stört mich jetzt so sehr, dass ich hier einfach ziellos durch den Untergrund schwimme. Gehen wir mal hier wieder raus. Yay. Nee, irgendwie muss ich mir halt jetzt Zutritt verschaffen. Nur wie? Und wie sieht der Baum so komisch aus? Ist das ein Siegrikbaum? Nein, das ist nicht. Da ist, glaube ich, die Toast mit ihren blauen Indexieren. Jupp. Hm. Hm. Vielleicht müssen wir jetzt ein Tauschquest fertig machen. Handschellen. Wofür können wir mal Handschellen gebrauchen? Hm. Oder was? Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier tun soll. Man. Wurchbar. Sprechen wir einfach mal mit diesem Typen hier. Was willst du hier noch? Verschwinde. Ja, okay. Hm. Also, mal schauen. Ich kann jetzt schwimmen. Gut. Damit sollte ich hier in sowas reich kommen. Kann ich aber nicht. Dumm. Einfach nur blöd. Äh. Wie laufe ich hier wieder rum? Hier gibt's eh nix. Gut. Also, ich komm nicht in sowas reich. Soviel ist schon mal klar. Da geht's auch nicht weiter. Da geht's auch nix hin. Hm. Okay. Okay. Was auch immer. Dumm. Der Typ macht immer noch nix hier. Ja. Er macht nichts. Hm. Hm. Kann man auf die Farm. Einfach mal alles untersuchen. So habe ich's letztes Mal auch geschafft. Hm. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich jetzt machen muss. Dumm. Hey du Bitch, gib mal was. Blödel. Ich hasse dir. Ich glaube, da muss man erst mal die Flirte irgendwo kaufen, finden oder was auch immer. Jo Bitch, was willst du? Ja, Gerudo passt. Okay. Okay. Ich komm offiziell nicht weiter. Yay. Aber ich find mal was. Ich find schon noch was. Hm. Unterschätze niemals einen Lampen. Niemals. Die, 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 die. Zelda Musik. Hm. Hm. Gibt es in Hyrule? Der Stadt der Liebe? Nein. Anscheinlich. Ich wollte mir nur ein paar Herzen holen, ja? Der und der kann ich nicht. Nose, wie geht's dir? Ja, Spielhalle. Okay. Nope. Hier gibt's nichts. Schön. Sehr schön. Hm. Geh nochmal nach Kakariko. Nur mal so kurz. Um zu schauen, was da so abgeht. Weil, äh, irgendwo muss ich ja weiterkommen, nicht? Irgendwo. Verschlossen. Verschlossen. Und mit dem Friedhof hat es bestimmt auch noch irgendwas auf sich. Ich sag's dir, ist noch irgendwas. Äh, ich benutze das Feuer. Okay, dann nicht. Dann benutze ich... Ich kann nichts benutzen, oder? Was ist das? Greif, ja... Hm. Nein. Ich kann nichts benutzen. Nose. Alles ist umsonst. Nee, aber jetzt mein Ernst, wo geht's weiter? Hm, vielleicht hier die Bodenflotte. Ja, die sieht so verdächtig aus. Nein. Hm. Hm. Komisch. Jo, du Typ. Ja, du bist immer so einsam. Okay. Okay. Das will jetzt irgendwie nicht so passen, ne? Was machst du? Dummer Link. Hier oben gibt's auch nix, glaub ich. Aber glaub ich echt nicht dran, dass hier oben was gibt's. Tja. Tja. Okay. Es ist auch dumm an dem Spiel, es ist nicht immer ersichtlich, was man machen soll. Ich will da gar nicht rein. Denn da ist enorm Hitze. Was aber nicht stört. Obwohl ich meine, nicht richtig Rüstung habe. Egal, bevor geht's Sinn des Rum, Ihre. Katte ich hier. Bis dann zum nächsten Mal.